Hallo zusammen, ich bin's wieder Marcel, der Community-Moderator im Team von WB. Wir machen weiter mit Crossfire Legion und jetzt den Multiplayer-Part des Spiels. Ich habe den Matze noch mit dabei, den Black Panther, liebe Grüße an dich. Liebe Grüße zurück und einen wunderschönen Abend alle zusammen. Wir haben uns mal überlegt, dass wir gemeinsam im Team 2 gegen 2 gegen die KI spielen. Deswegen hauen wir jetzt hier noch ein paar Bots rein. Ich werde New Horizon spielen, weil das haben wir noch nicht gesehen im Stream. Und der Matze hat sich Global Risk ausgesucht. Das waren die, die wir gerade zuletzt in der letzten Singleplayer-Kampagnen-Folge auf YouTube gesehen haben. Das sind wir also auf Twitch. Und ja, zwei Gegner. Wir wollten jetzt gerade hier mal die Aufstellungen durchgehen. Denn der Store ist entfallen im Spiel. Das heißt, wir haben alles freigeschalten, was es hier irgendwie gibt. Und können jetzt in jedem Slot im Prinzip uns hier Einheiten aussuchen. Ich habe mir auf meinen Spickzettel mal geschrieben, welche Einheiten neu sind. Die es im Mai definitiv noch nicht gab. Die würde ich jetzt vorzugsweise mal hier rein basteln. Ich gehe das mal nacheinander durch, ob die hier bei sind. Bei Infanterie auf jeden Fall gerade noch nicht. Da haben wir die Vampire. Man könnte ja irgendwie... Naja, gibt den Tooltipp. So, Lebensentzug lädt mit jedem Angriff die Schilderwetter auf. Sprint. Ein Sprint über kurze Distanz, mit dem Vampire schnell ins Gefecht kommen. Und Schildübertragung. Und hier haben wir den Minotaur. Erhöht die Waffenreichweite. Fernkampfinanterie. Das ist Nahkampf. Ich wollte mal sagen, wenn wir unseren Gegner schon weiter weg umbringen. Nicht ein Freund von. Nehmen wir mal diesen Minotaur. Da ist das gemacht. Hier genau, Minotaur. Spezialeinheit. Da haben wir Viper oder Angel zur Auswahl. Angel hat ein Nullfeld. Verbündete Einheiten im Zielbereich erleiden. Verbündeten vorübergehend weniger Schaden. Und Viper setzt eine Unterstützungsdrohne im Zielort ein. Und wir behalten mal Angel. So, dann haben wir hier Fernkampfeinheiten. Da ist einer von den Neuen zur Auswahl. Satyr. Er produziert eine Barriere, die einen Verbündeten vorübergehend vor Schaden schützt. Er hört kurzzeitig die Feuerrate einer Verbündeten Einheit. Und legt den Gegner lahm. Unterstürzungseinheiten. Nehmen wir den mal. So, Orion. Haben wir hier was zur Auswahl? Ne, die sind alles alte. Das Ziel leitet kurzfristig mehr Schaden. Halt, Gesundheit und Schöne des Ziels. Leichter Panzer. Leichter Panzer. Kann Boden- und Luftziele angreifen. Der Manticore sieht auch krass aus mit diesen beiden fetten Kanonen hier. Das ist eher so ein Spinnenvieh. Gucken wir mal den Manticore nehmen. So. Und das war jetzt im Chat mein Greenscreen auf der Ecke. Das ist wenn man vorher Pause macht. Bloß mal so. Jetzt ist die Ecke weg. Dankeschön. So. Cyclops. Das haben wir hier noch. Hades. Hades gab es auch schon. Erhöht die effektive Reichweite der Whale Gun. Flächenschaden. Flächenschaden. Und werden aber ohne Zielsuchsystem abgefeuert. Ohne kein Luft und Boden. Waffen verfolgen. Dann haben wir auch wieder die. So. Hier wäre die Griffin neu. Aber wir können ja mal kurz die anderen auch noch durchgehen. Wechseln zu Luftkampfwaffen. Okay, das kann umschalten. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Höhe die Waffenreichweite. Bin ich immer ein Freund von. Kann nur gegen Flugzeuge. Bodeneinheiten in der Nähe erleiden weniger Schaden durch feindlicher Angriff. Das ist eigentlich auch cool. Aber unbewaffnete Lufttransporter. Nee. Und Siren verfügt einem signalischen Ziel kontinuierlich Schaden zu. Hm. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Die Einheit ist neu. Die würde ich halt eigentlich gerne zeigen. Aber die hier ist eigentlich cool. Aber das ist Unterstützungsklasse. Und das hier ist... Ja komm, wir nehmen die Griffin. So, Typhoon haben wir jetzt zur Auswahl. Da gibt es gar keine anderen. Das ist relativ einfach. Erhöht die gesamte Schildkapazität. Und Flächenschaden. Juhu. Und hier hinten haben wir noch Titan und Hyperion. Da können wir uns auch was aussuchen. Ein riesiger Panzer auf zwei Beinen. Ein fortschrittlicher Mächte, das Seifen von Sprenggeschossen erfolgt. Okay. Er deckt den Zielbereich mit Sprenggeschossen ein. Schaden und Betäubung. Ich nehme mal das Schaden und... Hä? Die kann wieder beides angreifen. Nehmen wir die. Gut. Das war meine Wahl. Ich glaube, Matze, du hast parallel auch bei dir so einiges eingestellt, ne? Ich habe bei mir einiges auch eingestellt, ja. Irgendwas Spannendes dabei, was du uns zeigen möchtest? Oder eher so... Wir versuchen es einfach mal. Ne, eigentlich das Übliche. Weil die hatten... Die Fraktionen hatten nicht so viele neue drin. Die hatten schon größtenteils alle. Am letzten Mal. Deswegen nichts Neues. Aber mal meine Frage, Marcel. Möchtest du wirklich vier Teams haben? Oder möchtest du nur zwei Teams haben? Ne, das machen wir auf Team 2. Das ist richtig. So, und da würde ich sagen, sind die beiden hier Blacklist. Das macht das hier irgendwie so... Immersionstechnisch keinen Sinn. So, Kartenname ist Taifun. Zuverstand aber Position. Das ist alles Standard, was hier steht. Würde ich aber erstmal nicht dran rumfummeln. Und das macht es am Ende nur von der Spielmechanik her wieder eventuell das Balancing kaputt. Lassen wir mal alles so wie es ist. Bist du bereit für Gräueltaten? Ich bin bereit für die Gräueltaten, ja. Chat, seid ihr bereit? Oder müsst ihr euch nochmal irgendwie eine Cola holen? Oder irgendwas anderes? Dann... Dann warten wir noch und... Gucken dem einen zu, der im Chat grad irgendwas vergessen hat. Ja, bereit! Okay, Kosch. Dann machen wir... Dann machen wir hier mal auf bereit und gucken, was passiert. So, ich mach mich mal ein bisschen kleiner. Angriff, mach's die platt. So soll das Ziel sein. Ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal auf Mittel gewonnen? Glaube nicht. Da war es ja auch noch ein bisschen verbuggt und deswegen hat es irgendwann mal nachher keinen Spaß mehr gemacht. Wir werden es gemeinsam erleben. Also ich bin ja so ein Fan, bei RTS-Spielen auch Bildordern und so Geschichten zu entwickeln. Allerdings, wenn man das Spiel erst einmal gespielt hat, ist das schwierig, eine perfekte Bildordord zu haben. Deswegen... Könnt ihr erstmal komplett vergessen. So, ein Baufahrzeug. Ich muss erstmal Ressourcen sammeln. Infanterie-Goniesung. Unmarkiert. Baubeginn. Aktion einleiten. Materialgewinnung einleiten. Also Max, mein Plan wäre jetzt erstmal Infanterie-Basis bauen und die Kernbasis auf Stufe 2 bringen. Was ist dein Plan? Zu Navigationspunkt gehen. Mein Plan ist das Gleiche. Materialgewinnung einleiten. Ich werde auch erstmal in Infanterie... Also in Kaserne. Und wenn ich die bauen kann... Ich schwenke gleich mal zu dir rüber. Aber ich muss erstmal hier so ein bisschen die Grundbasis stehen haben. Infanterie-Behausung fertiggestellt. Ah, wir können keine Einheiten bauen. Da war doch irgendwas. Ich glaube das war hier... Energie-Knoten war das bei denen. Musste man da bauen. Das ist so eine Art Behausung. Position markiert. Baubeginn. Dann machen wir direkt mehrere. Wir machen 150. Komm. Position markiert. Baubeginn. Also jedes Volk spielt sich anders. Die machen den Energie-Knoten hier oben Bevölkerungs-Limit. Zu Navigationspunkt gehen. Materialgewinnung einleiten. Gebäude fertig. Betriebsbereit. So, dann machen wir direkt mal so einen Minutau hier. Gucken, was passiert. Falls hier irgendwas garage kommt. Gebäude fertig. Betriebsbereit. Gebäude fertig. Gebäude fertig. Wir können bauen. Machen wir das. Ich gucke einmal, wie es bei dir aussieht. Okay, du hast hier oben schon ein Logistik-Depot. Logistik-Depot ist glaube ich bei dir dieses Wohngebäude, ne? Logistik-Depot ist bei mir dieses Wohngebäude, ja. Und Kaserne. Hört das so ähnlich aus. Eine fette Wumme hier. Oh, wie schwer. Bewegung an markierte Koordinaten. So, hier ist übrigens sofort die nächste Basis. Die kann man relativ früh sich erklimmen. Das kann ich direkt mal noch eine machen hier. Also ein Baubot hinschicken. Je mehr Basen, je mehr Ressourcen. Ihr könnt, ihr kennt das. So schnell ist die Expansion. Jetzt lasse ich die RTS-Spirale. Und hier genauso sein. Also ich weiß ja nicht, aber da wir unten sind, gehe ich mal davon aus, dass der Gegner oben links und oben rechts ist, oder? Bewegung an markierte Koordinaten. Davon gehe ich auch, Maus, ja. Gut, dann mache ich hier mal so ein bisschen in Ordnung. Und gucke einfach mal, was man mit zwei Einheiten ausrichten kann oder mit rein. Um den Gegner einfach so ein bisschen vielleicht zu ärgern, wegzusneaken. Jetzt verbessern. Infanterie Stufe 2. Auch ein Baubot. Gehe ich schon mal drauf. Da kann ich mal mitfahren. So, Navigationspunkt gehen. Materialgewinnung einleiten. Ich hoffe, wir brauchen echt erste Ressourcen. Was kostet denn so eine Kernbasis? 500, okay. Ganz viel verstanden. Bewegung an markierte Koordinaten. Bewegung an markierte Koordinaten. Bewegung an markierte Koordinaten. Bewegung an markierte Koordinaten. Also, Matze, ich weiß nicht, was passiert, aber ich gehe jetzt einfach hier mal so ein bisschen den Gegner ärgern. Im Schluss von 2 bis 3 Einheiten verloren. Oh, die greifen schon mal an. Verlust einer Infanterie gemeldet. Westlicher Geopunkt. So, wir machen direkt mal die Satire. Westlicher Geopunkt. Leicht bewaffnet und Verbündeten mit einem Barriere schützen kann. Dann machen wir die Inklusion. Wenn wir beide abwechseln. So. Robots. 2. Setter verbunden. Warte auf Anweisungen. Okay, ich fuhre mal zusammen. Das ist echt großspielig. Den Chat erinnert das an Protoss und Terana, schreibt Philanauer. Fallbreche Tropfen. Gefecht eingelangt. Oh, Matze, ich hab nur gerufen. Ich auch. Schuss. 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 Gut. Jetzt kommen wir hier nach dem Nullfeld. Neuschalt im Einsatz. Durch verbündete Elemente erbittenen Schaden von der Einheit. Verbunden und bereit. Ach, die hauen ab. Das ist ja schon. Jetzt aber regen, da muss man gleich raus. Jetzt haben wir hier 700. Das heißt, die Nichtsreite Kernbasis. Position markiert. Baubeginn. Schon die nächsten. Das ist der Start habe ich echt verkackt. Bewege. Markierte Koordinaten. Neufeind im Einsatz. Durch gute Elemente erbittenen Schaden vermindert. Verlust einer Infanterie gemeldet. Das ist ja. Ja. Im Jet kommen, Dach kommen, Hexte, dass der Ton wohl nicht... Der Ton ist kaputt. Du schreibst das mal ein bisschen genauer mit. Unabhängigationspunkt gehen. Materialgewinnung einleiten. Bei mir kommt er auch so ein bisschen gestickelt an. Bewegung an markierte Koordinaten. Wir werden hier gehackt. Bewege. An markierte Koordinaten. Wir werden hier gehackt. Infanterie. Bewege. Ich hab da so ne böse Theorie, was das ist. Ich vermute, dass das man nicht hat. Bewege. Aufzeichnung ist es definitiv flüssig. Und ich würd auch hier mal ne Minute abwarten, ob sich das beruhigt. Und wenn nicht, dann würd ich mal kurz beim Internet stecken. Feindliches Haft hat hier zerstört. Südwestlicher Punkt. Das hier ist Ausführung möglich. Was nun? Bei dir kommen keine Anreife, ne? Bei mir waren sie aber auch schon. Bei mir waren sie auch schon. Bei mir waren sie auch schon. Also ich musste mein... Ich musste... Ich musste äh... An Raketen einsetzen. Durch verbindete Elemente ersetzen. Schaden vermindert. An Atelier. Feiert. Feiert. Bewege. Bewegung an markierte Koordinaten. So, dann machen wir noch mal ein paar Einheiten. Marcel, du hast Säure regen. Ja, das ist total doof. Aber ich bin froh, dass ich da keine Einheiten noch entstehen habe. Allerdings stehe ich gerade in meiner eigenen nuklearen Verstrahlung. Das ist schlecht. Säure verbunden. Warte auf Anweisungen. Bewege mich wie angewiesen. Infanterie passt jetzt. Das können wir ein bisschen was verbessern. Verbesserte Reichweite oder Stärke fällt. Erhöht die Feuerrate ins Verbündeten. Jetzt verbessern. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Stärke Einheiten mit Feuerrate Verbesserungsmodulen ausstatten. Deutlich. So die Basis hier vorne haben wir vorgegangen. Bewege mich wie angewiesen. Bewege mich wie angewiesen. Dann können wir hier vorne stehen. Zu Navigationspunkt gehen. Was macht denn der Spielton? Ist das besser geworden? Oder knackt das nicht? Bei mir knackst du nicht mehr. Zu Navigationspunkt gehen. Position markiert. Baubeginn. Feuerrate-Unterstützungssysteme für SADR aktiv. Bewege mich wie angewiesen. So. Jetzt bräuchten wir doch eigentlich gleich mal Panzer oder sowas hier, ne? Und jetzt auf Vorschussgebäude. Oh. Position markiert. Baubeginn. Wir brauchen mehr von diesen Energieknoten. Für den Bau eines F&E Gebäudes durch. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Aktion einleiten. Position markiert. Baubeginn. Aktion einleiten. Zu Navigationspunkt gehen. Materialgewinnung einleiten. Ah, Baubots. Okay. Fast gebaut. Gebäude fertig. Betriebsbereit. Guck. Einheiten bauen. Gebäude fertig. Betriebsbereit. Treibstoffgewinnung einleiten. So. So. Kommen wir hier verteidigungsstörnig bauen. Fächter Geschützturm. Eine Basisverteidigung. Position markiert. Baubeginn. Zu Navigationspunkt gehen. So. Ein paar Baubots. Ich sehe mal, bei dir wird es auch langsam hier. Du hast schon ein paar Gebäude stehen. Mhm. Oh, und die zweite Basis läuft bei dir jetzt auch gerade an. Wettlicher Geopold. Verrückt. Alles. Das jetzt auch nun nicht möglich. Verliebt nur, was nun? Verweegung. 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 Das ist schon wieder im Kopf sehe ich gerade. So, das ist ungefähr. Das ist viel stimmig hier. Fall variiert. Feindliches Headquarter an Stufe 3 erreicht. Du bist in Stufe 1 unterwegs. Kernbasis, Stufe 2 initiiert. Jetzt verbessern! Jetzt verbessern! Oh, ich werde wieder an belonged Luden. списieren. Also kannst du jetzt den Rekord verteidigen! Kernbar bis Einrichtung in Holst 되 Leistung! Du hast nicht zufällig Einheit, wenn du dich rüber schiefst, ne? Leider noch nicht mehr so. Mit so einem kleinen Puffer verfasst. Ich bin nur mit dem Wetter, Wetter, Wetter. Kernbasis Schuze 2 fertiggestellt. Wo ist das? Schürtel hat den Fuhren am Markt. Tja, ich habe hier gerade so ein bisschen Probleme. Ja, ich würde es nicht Probleme nennen. Ich würde es eher so, es geht nicht nur Weltuntergang. Material im Lager einsatzbereit. Okay, also die Bildung aber im Graben ist. Die Verdehlen-Ausführung nicht möglich. Was nun? Zu Navigationspunkt gehen. Zu Navigationspunkt gehen. Wir haben Basiseinrichtungen unter Beschuss. Zu Navigationspunkt gehen. Oh, ich bin auch angerufen. Ja, ich wurde gerade ausgeraubt und vernichtet. Zu Navigationspunkt gehen. Also, Chat, schwierig, dass gerade ist Mittel. Zu Navigationspunkt gehen. Das war mein erstes Meldstück seit Mai. Also, das heißt noch gar nichts. Zu Navigationspunkt gehen. Angriff auszuhören. Zu Navigationspunkt gehen. Also, wir schauen mal gebannt, was mir jetzt gerade mit seiner Basis passiert. Weil, den Rest der Karte geht es nicht mehr. Die haben hier so mächtige Schildwaffen. Die sehen aus wie so... Oh, sie greifen mich von zwei Seiten an. Solarkanonen. Also, ich weiß ja nicht, wie ich das sagen soll. Aber ich habe mir Kissen halt auch so ein bisschen über den Sack hier. Ja. Aber abbrechen ist nicht. Wir müssen das eh dann schon bis zum Ende ertragen. Ja, drei Stufen, leicht mal nachgeschwärten. Das ist passiert. Ja. Ich habe schon vor, wenn wir die nächste Runde starten gucken. Aber das ist erstmal die hier beendet. Oder beendet werden. Ja. 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 Das kann man hier in der Zusammenfassung. Kampfwertung. Ausgebildete Einheiten. Die hat einfach mal 100 Stück. Ja. Da muss man nicht viel zu sagen. Die Statistik spricht gegen uns. Also was, wir machen das mal mit einer Einfachen. Da können wir mal zumindest ein bisschen am Anfang so die Basis aufbauen. Und ist noch nicht ganz so gezwungen, schnell zu agieren. Weil ich glaube, diese schnell kommt erst, wenn man so ein bisschen im Kopf eine Bild-Odder zusammen hat. Ja, Chat schreibt auch, aber krass, wie schnell die gerade so ein Meer aufbauen. Genau das macht ein einfacher Gegner hoffentlich nicht. So, zwei Bots rein. Und die sind hier wieder Blacklist. WB hat das Spiel, glaube ich, auch mal gezockt und war schnell überfordert. Ich würde sagen, er war nicht überfordert. Er wollte es euch vorstellen und unter Parallel gestreamt. Und Echtzeitstrategie und Parallel-Stream. Schwieriges Thema. Gut. Team-Fakt noch nicht. Ich würde gerade sagen, die Teams. So, ansonsten kann ich sonst das Enderspieler rauswerfen. Okay. Attacke. Das andere bleibt erstmal so, wie es ist. Nur der Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen. Das Spiel lädt noch 4 Minuten und 42 Sekunden. Was soll diese Anzeige? Ich verstehe diese Anzeige auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die Zeit bis zum Verbindungsabbruch ist, aber das ist schon arg ungünstig, das da so hinzupacken. Der Chat hat doch bestimmt eben hier total fokussiert zugeguckt, ist nicht halb eingeschlafen und hat genau meine Fehler gesehen. Gibt es auch mal Vorschläge, was wir falsch gemacht haben. Position markiert, Baubeginn, Aktion einleiten, Materialgewinnung einleiten. Zu Navigationspunkt gehen, Position markiert, Baubeginn. Das ist mir relativ klar, weil sofort gleich Einheiten bauen. Materialgewinnung einleiten. Ich glaube, Treibstoff ist am Anfang eher relevant für die einfachen Einheiten. Ja, Truppen beisammenhalten für eine Klimawandel, die Fans. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gebäude fertig. Betriebsbereit. So, wir gucken jetzt auf die Semino Tower. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Da sind 10 dran, wo ich das behalten darf. Das Gebäude kann irgendein Schilder aufladen, habe ich gerade gesagt. Mhm. So, machst du denn gerade aktiv bei dir irgendwas anders als eben? Nein, ich gehe eigentlich genauso vor wie eben gerade auch. Gut. So, 200 brauchen wir für diese nächste Stoße. Gut, aber es ist definitiv noch eine zweite Infanterieganäste. Position markiert, Baubeginn. Treibstoffgewinnung einleiten. Aktion einleiten. Materialgewinnung einleiten. Das passt doch von Tami, der das Haus in der Westbro. Das kann ich auch falsch nicht sein. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Oh, Basislimit. Position markiert, Baubeginn. Treibstoffgewinnung einleiten. Vollkostlimit erreicht, dauert ein bisschen. Ja, also Chat ist sich einig. Wir sollen nicht waschen. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Also, wir brauchen 300 für die Basisinführung. Ich möchte jetzt erst mal machen. Kernbasis Stufe 2 initiiert. Bewegung an markierte Koordinaten. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Ich muss mal drehen. Auf Talibusturm. Zu Navigationspunkt gehen. Ich muss noch ein Forschungsverbot. Nun. Stimmt, du willst. Zu Navigationspunkt gehen. Zu Navigationspunkt gehen. Kernbasis Stufe 2 fertiggestellt. So, das muss ich eigentlich expandieren. Zu Navigationspunkt gehen. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Genau, Fallen ist auch Hälfte Stufe 2. Dann haben wir sogar etwas schneller. Infanterie-Garnison Stufe 2 fertiggestellt. Und hier ist schon wieder keiner. Position markiert. Baubeginn. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Feindliche Infanterie greift an. Anlage für Forschung und Entwicklung montiert. So, was können wir machen? Wir können Infanterie verbessern. Das machen wir sofort. Gebäude fertig. Betriebsbereit. 150 Sprit oder Treibstoff. Position markiert. Baubeginn. Zu Navigationspunkt gehen. Position markiert. Baubeginn. Treibstoffgewinnung einleiten. Infanterie verbessern. Dann dauert das. Halt die Flamme. Mal kurz bei dir gucken, wie es da aussieht. Ein paar Infanterieeinheiten. Zwei Kasernen. Position läuft auf Hochtouren. Und du hast noch nicht expandiert, ne? Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, ja. So, das können wir hier verbesserte Reichweite. Bitte. Jetzt verbessern. So, beide Feinde haben Stufe 2. Hast du das gesehen? Mhm. Ja, hab ich gesehen. Kernbasis einsatzbereit. Bau abgeschlossen. Boah, die sind dann besser und dauern wirklich so lange. Das ist unglaublich. So, zweite Basis macht jetzt die ersten Arbeiter. Der Monitor hat jetzt hohe Reichweite. Sater-Einheiten mit Feuerrate-Verbesserungsmodulen ausstatten. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? So, die haben jetzt Stufe 2, die Infanterie. Das sollte doch was bringen. Du kommst damit zurecht, oder? Ja. Gut. So, jetzt haben wir das nächstes. Schleuderaufladen. Feuerrate-Unterstützungssysteme für Sater aktiv. Jetzt hat die Feuerrate des Fallen ausgetackt. Jetzt verbessern. So, und wir brauchen gleich eigentlich mal so eine Panzerfabrik. Gucken wir hier oben hin. Fahrzeug-Nerfahrstation. Position markiert. Baubeginn. Verbessert Sater-Einheiten mit Hemmfeld-Generatoren. Zu Navigationspunkten gehen. Materialgewinnung einleiten. So, die weiter Bau-Pots. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Schleuderaufladen. Schleuderaufladen. Aufwärtsverbesserung 2. Jetzt verbessern. Darf wir nur Infanterie haben? Darf die auch mit Schlag sein. Ah. Und Gebäude-Limit, oder hier Einheiten-Limit haben wir wieder. So, Manticore braucht 7, denn weil ich aber haben, die sind schick aus. 7. Also, was so eine andere Schwierigkeit gerade ausmacht, ich finde es gerade nicht so erdrückend wie vorhin. Ne, ich auch nicht, würde ich auch gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream mitkriegt, aber es fühlt sich für mich so an, als wenn wir immer noch zu langsam im Basenbau unterwegs sind. Feindliche Infanterie greift an. Bewegung an markierte Koordinaten. Bewegung an markierte Koordinaten. Material im Lagereinsatzbereich. Beziehe Position, eine Feindtruppe geordnet. Erster Panzer da. Einheiten greifen an. Seedöstlicher Geopunkt. Prühen für Befehle. Da kann bestimmt auch was. Material im Lagereinsatz bereit. So. Treibstoffgewinnung einleiten. Guck dir mal ein paar von denen rüber. Ich glaube, wir haben aktuell Treibstoffmangel als Treibstoffgewinnung einleiten. Das ist blau eigentlich. Material heißt das, okay. So. Dann machen wir gleich Basis Stufe 3. Manticore meldet Gefechtsbereitschaft. Ja. Supply Block ist gut angemend. Grün für Befehle. So. Wir haben ja keine Heileinheit gerade darüber. Forschung wurde abgeschlossen. Greife Fahrzeug an. Feindliche Infanterie greift an. Oh. Jetzt haben wir so ein paar Wochen die noch geöffnet. Ja. Oh. Jetzt haben wir so ein paar Wochen die noch geöffnet. Oh. Oh. Jetzt haben wir so ein paar Wochen die noch geöffnet. Warte. Manticore, ich höre! Manticore, ich höre! Manticore, ich höre! Material im Lagereinsatz bereit! Ich höre! Unterstützungsfahrzeug zerstört! Seidwestlicher Geopunkt. Befehle! In der Kernbasis. Manticore meldet Gefechtsbereitschaft. Ist notiert. Begebe mich zu Geopunkt. Kleine Feindtruppe geortet. Einheiten greifen an. Seht östlicher Geopunkt. Position markiert. Baubeginn. Für Befehle. Ist notiert. Begebe mich zu Geopunkt. Manticore meldet Gefechtsbereitschaft. Jetzt verbessern. Das kann nie schaden. Gefecht mit großer Feindtruppe steht bevor. Seht östlicher Geopunkt. Ich drücke das gerade einen kleinen Einfluss da unten. Ja, ja, ich sehe gerade. Ich helfe dir da noch nicht. Strahlung zelt aktiv. Nuklearen Versäuchung, das hilft. Fahrzeugeinheit greift an. Greife Fahrzeug an. Jetzt verbessern. Oh Gott. Manticore, ich höre. Neufeld im Einsatz. Durch verbündete Elemente erdittenen Schaden vermindert. Also ich werde hier gerade von 20 Panzern angegriffen. Wieder ein Traum. So. Ich weiß nicht, wie, wie, also das Spiel macht tierisch Spaß, aber tierisch ohne Ende. Das ist doch gut, wenn man in das Spiel reinkommen muss. Fusionskern eingesetzt. Strahlungszeit aktiv. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Greife Fahrzeug an. Material ist lagereinsatzbereit. Befehlsausführung nicht möglich. Ich weiß nicht, ob das wirklich langfristig hilft. Aber... Deswegen ist es mal kurzfristig. Material in lagereinsatzbereit. Position markiert. Baubeginn. Aktion einleiten. Position markiert. Baubeginn. Aktion einleiten. Position markiert. Baubeginn. Aktion einleiten. Materialgewinnung einleiten. Manticore meldet Gefechtsbereitschaft. Befehlsausführung nicht möglich. Was nun? Gebäude fertig. Chat schreibt unbedingt die Schildereinsätze. Meint ihr damit diese Nullfelder? Gebäude fertig. Betriebsbereit. Bestätige. Wir kämpfen weiter. Wir geben nicht auf. Grün für Befehle. Fahrzeugwerkstatt einsatzbereit. Manticore meldet Gefechtsbereitschaft. Es notiert. Begebe mich zu Geopunkt. Zu Navigationspunkt gehen. Grün für Befehle. Es notiert. Begebe mich zu Geopunkt. Na, vielleicht schaffen wir es nochmal, die Bars da hinzusetzen. Manticore meldet Gefechtsbereitschaft. Fahrzeugeinheit greift an. Greife, die der CS-Ausführung nicht möglich. Was noch? Wir haben schon eine TÜV-3-Einheiten. Das ist eine leichte KI, Leute. Eine leichte KI. Eine zweite Basis, oder wie? Hä? Es kann eine zweite Basis, ne? Ja, aber da waren alle Einheiten bei. Ich hab die alle nach vorne getrunken. Die waren einfach immer so in 10 Sekunden. Fisch waren die weg. So schnell, wie das hier läuft. Das ist auch die Führung nicht möglich. Was noch? Ich verstehe, kann ich gar nicht neu laufen. Es können Treinstoffressourcen ausgegeben werden. Neue Infanterieeinheit verbunden und bereit. Kommt einfach mal so nach. Oh. Du wirst gleich auch überrannt werden. Kernbasis Einrichtungen unter Beschuss. Was hast denn du da für Schäte? Welche Infanterieinheit verbunden und braucht TÜV-4-Einheiten. Ist das ein Upgrade? Das ist Upgrade. Wenn du deine Global Basis aufrüstest. Wenn du in die Nähe baust. Ja, also mich gibt's nicht mehr. Ich gibt's nicht mehr. Naja, da kommt gleich eine Welle, die macht hier kostenprozess mit dir. Aber ich finde das eigentlich gut. Das macht so ein bisschen den Zwang, sich wirklich in das Spiel eindenken zu müssen. Und auch komplexe eindenken zu müssen. Also man kann ja nicht einfach Einheiten pumpen und Fuie und dann hat er gewonnen. Aber mit dir kommt keiner, das ist total fies. Ah, jetzt tun wir uns an. Da kommen sie. Da haben wir keine Kranzer und jetzt geht's gut. Schlagkraft. Aber jetzt weißt du, was ich mir Schlagkraft meinte, ne? Ja. Traust du dir zu, das noch zu drehen oder soll man sagen? Ja, wir machen es nochmal. Ich würde es gerne mal probieren. Ja, und wieder ab. Ja. Man kann in diesem Spiel nicht auf Escape drücken. Ich mach das hier gerade. Passiert nix. Man muss hier unten auf Menü drücken. Ich mag diese Scheißlechte mit dem Aufgeben nicht. Die sollten den Text ändern. Da müsst ihr irgendwie nochmal spielen oder so stehen. Okay. Das soll es aber auch für diese YouTube-Folge gewesen sein, die echt Überlänge hat. So habt ihr euch und zweimal Scheitern erlebt. Vielleicht in der nächsten Folge werden wir es dann packen im dritten Anlauf. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Bis dann, euer Marcel.